Hallo zu diesem Video. Diesmal bin ich wieder mit meinem Wohnmobil losgezogen. Da sieht man so ein bisschen was. Habe auch mein Fahrrad mitgenommen und möchte hier im Bikepark Sammerberg... Sammerberg? Ich weiß es gar nicht. Möchte ich ein bisschen fahren und habe jetzt erst mal ein Nachtlager gefunden, wo ich mich bis morgen hier ein bisschen verkrümeln kann. Es ist schon spät jetzt inzwischen, schon stockdunkel, aber Hunger hätte ich trotzdem noch. Deswegen fange ich jetzt erstmal an zu kochen. Es gibt Buchweizen. Das ist schnell und einfach gemacht. Ah, geht schon los. Es kocht. So, dann wollen wir ja mal sehen. Schöne Portionen geworden. Da habe ich mir übrigens wieder so ein paar Hard Kekse gemacht, wie ich schon mal in einem Video gezeigt habe. Das kann ich hier an der Stelle gerade noch mal rein verlinken. Das hält sich sehr lange und ist auch natürlich sehr nahhaft. Es ist einfach nur Mehl, Salz und Wasser. Ja, das wäre es dann für heute. Ich mache es mir jetzt gemütlich und morgen geht es weiter. So, morgen. Laut Wetter hat es wunderbarer 1 Grad draußen. Aber hier drinnen geht es eigentlich. Klafsack sowieso. Ja, mal rausschauen. So, ich lasse jetzt noch erstmal ein bisschen wärme rein hoffentlich, weil es ist wirklich ganz schön fies frisch. Aber man kann sehen, es hat sogar gefroren draußen. Also doch ganz schön kalt. So, erst mal was essen. Das ist das nicht. So, ich lasse jetzt noch mal mit dem Pferdkang. So, ich lasse mal mit dem Pferdkang. So, wenn es jetzt schon mal. So, ich mache es einen Klafsack. So, ich lasse mal mit dem Pferdkang. Trommar ich schon mal. Na dann, los geht's! 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 Alles gut! Na dann, los geht's! Na dann, los geht's!